Kalyanasana, ein Asana für Gesundheit und inneres Glück. Eine fortgeschrittene Vorwärtsbeuge. Aus der Stehhaltung heraus gib die Füße etwas auseinander. Dann beuge dich nach vorne und gib den Kopf zwischen die Knie oder Unterschenkel. Falte die Hände hinter dem Kopf und dann strecke die Beine wieder aus. Das ist Kalyanasana. Diese Kalyanasana wird auch genannt als Utithahalasana, das heißt der aufgerichtete Pflug. Oder auch die stehende Feuerfliege, stehendes Glühbürmchen, also Titibhasana. Eine fortgeschrittene Variation von Padahastasana. Übersetzen kann man die Stellung als die heilbringende Stellung. Kalyana heißt schön, heißt lieblich, heißt segensreich, heißt Glück und Wohlstand. Und hat sicherlich auch etwas mit Gesundheit zu tun. Und so ist das eine Stellung, die Gesundheit bringt, Glück und Wohlstand. Diese Stellung gehört zu den Vorwärtsbeugen, sie gehört zu den Stehhaltungen und auch zu den Stellungen, die auch die Nackenflexibilität fördern. Alle Infos auf wiki.yoga-vidya.de Schnellung Di State ビデum Schnellung